Ja, liebe Zuseher, wie ihr seht, hier sind wir in Gasthof Neuner im Gastgarten. Wir sind fast fertig mit den Vorbereitungen. Das heißt, wir haben den Garten ein bisschen vergrößert, haben einen alten Brunnen wieder aktiviert. Es ist ein ganz schöner Platz geworden. Wir sind fast fertig. Morgen fangen wir mit den Vorbereitungen für die Fußball-Weltmeisterschaft an. Wir haben wieder eine Fanmeile da. Es ist alles überdacht mit Zelt. Es ist Public Viewing angesagt, die ganze Fußball-Weltmeisterschaft. Wir haben eine Videowahl, wir haben Großbild, Leinwand und große Fernseher. Es ist diesmal aufgeteilt auf zwei Zelten. Es gibt auch wieder die bekannten Neuner-Grillhändler und jedes Fußballspiel wird übertragen, auch bei schlechtem Wetter. Bitte ruft uns an, wenn Sie Plätze reservieren wollen, wenn es größere Gruppen seid, dass wir euch auch alle unterbringen. Außerdem haben wir während dieser Fußball-Weltmeisterschaft Musikveranstaltungen und zwar am 27. Juni. Das ist ein Freitag am Abend. Da spielen die Funzkerle hier bei uns im Gasthof Neuner. Natürlich bei allen Veranstaltungen haben wir Eintritt frei, wie immer. Am Samstag haben wir einen ganz besonderen Highlight und zwar machen wir eine Fanwanderung mit den Polka-Mädels. Das ist eine Obergräner-Musik, die hat letztes Jahr bei uns schon gespielt. Die spielen eine ganz zünftige Obergräner-Musik. Da machen wir eine Wanderung von Hochimst über Latschenhütte, Mutterkopfhütte bis rüber zum Linzerhof. Am Linzerhof gibt es dann für alle Wanderer, die da dabei gewesen sind, Gratis Bier und ein Jause. Übrigens die Liftfahrt und die Kosterfahrt inklusive der Jause-Transfer von und zum Linzerhof und zum Neuner, zum Festgelände, kostet nur 12 Euro. Also ist wirklich ein super Preis und da muss ich mich natürlich auch bei den ganzen Sponsoren bedanken, die ihr dann im Hintergrund eingeblendet seht. Ein recht herzliches Dankeschön, sonst wäre diese Veranstaltung nicht möglich gewesen, dass man diese Veranstaltung kostenlos beziehungsweise ohne Eintritt machen kann. Der eine Beitrag von 12 Euro ist wirklich ein unkosten Beitrag. Das ist für einen Lift und für einen Koster und den können wir leider nicht gratis machen, aber alles andere ist frei, bei meinem Platz. So, dann freuen wir uns auf die WM beim Neuner. Ich lade euch alle recht herzlich ein. Gehängt zu uns. Also wenn ihr auch eine Abkühlung braucht, das ist jetzt zwar nicht geplant gewesen, wir haben natürlich auch Schwimmflüge zum Verleihen, für solche, die noch nicht schwimmen können. Auf alle Fälle haben wir Bier genug da, jetzt muss keiner im Brunnen baden gehen. Bitte. Tkommen!